Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es nicht um Drohnen, sondern ein Gerät, was fast genauso aussieht, wenn wir es komplett mit Zusatzantennen ausstatten. Wir sprechen über den WAX-655E und seine Zusatzantennen. Mehr in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zum Zeichsel Support Campus Kanal. Den WAX-655E habe ich euch schon in einem extra Video vorgestellt, das habe ich euch hier oben verlinkt. Jetzt möchte ich einmal zeigen, wie das Gerät erweitert werden kann, indem man es durch Zusatzantennen im 5 GHz und 2,4 GHz Netzwerk noch um eine wesentlich größere Reichweite bringen kann. Die Antennen Ausrichtung und die Diversität der Antennen ist wichtig, genauso wie die dBi-Werte, die diese Antennen dann aufweisen. Denn nicht alle Zusatzantennen bringen dann auch wirklich eine große Leistung. Und die Diversität ist außerdem wichtig, um eine Richtung für das WLAN einzuleiten. Denn so wie sie hier montiert sind, wirft das Gerät nur einen ganz normalen flachen Winkel aus und hat damit nicht besonders große Reichweite. Also im Maximalfall bis zu 300 Meter. Wie du das aber verbessern kannst, zeige ich dir mal mit verschiedenen Antennentypen. Auf der Seite itwissen.de habe ich dir einmal die Erklärungen der Antennendiversität herausgesucht. Und zwar gibt es eine Omnidirektionalantenne. Das ist die, die original beim Gerät dabei ist. Diese sendet rund um die Antenne in einer flachen Scheibe aus. Mit einer gerichteten Antenne, die eine andere Abstrahlcharakteristik hat, kannst du das WLAN in die Richtung deiner Clients lenken. Dazu musst du die Antenne wechseln. Auf der Seite findest du auch den Namen dieser Richtantennen, damit du sie entsprechend im Internet suchen kannst. Jede Antenne hat eine bestimmte Abstrahlcharakteristik und sieht entsprechend anders aus. Wenn du dich auf dieser Seite informierst, wirst du im Fachhandel entsprechende Informationen dazu finden. Neben dem Abstrahlmuster der Antenne ist auch die Stärke der Antenne ausschlaggebend. Diese wird in Dezibelisotop gemessen, kurz DBI. Die gerichteten Antennen weisen dann in der Regel auch einen wesentlich höheren DBI-Wert auf, weil sich der WLAN-Strahl entsprechend konzentriert. Je größer die DBI zugewinne, desto weiter reicht dein WLAN. Allerdings wird die Antenne dadurch auch größer. Bevor du zusätzliche Antennen im Fachhandel oder im Internet erwirbst, schau dir bitte genau an, wie diese Antennen eingerichtet werden und ob sie der Frequenz entsprechen, die du gerne erweitern möchtest. Außerdem ist der entsprechende Anschluss am Gerät erforderlich. In dem Falle brauchen wir N-Connector. Die Antenne sollte im Fall vom WA-X655E natürlich auch für den Outdoor-Bereich geeignet sein und kannst eventuell auch eine Pfahlmontage in Betracht ziehen. In dem Falle muss man sogar mehrere Antennen benutzen, damit man auch am Pfahl wieder eine Rundabstrahlcharakteristik bekommt. Zur Montage der externen Antennen benötigst du Kabel oder entsprechende Anschlüsse. Bei den kleinen Access Points und zum Beispiel den Internetzugangsgeräten verwendet man SMA-Verbinder, bei den großen Access Points meistens Outdoor-Geräte die N-Verbinder. Einige Zusatzantennen werden direkt auf das Gerät geschraubt und andere verwenden Kabel. Die Kabelführung sollte immer so gemacht werden, dass das Wasser, zum Beispiel bei Regeneinfluss, nicht in das Gerät laufen kann. Die Zusatzantennen bietet Zeigstel über den Fachhandel an. Du kannst anhand der technischen Daten der Antennen sehen, inwiefern sie die Reichweite des Access Points verbessert. Achte nur darauf, dass es ein N-Anschluss ist. Das war es auch schon wieder in diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, wie immer einen Daumen hoch da lassen. Und wenn du möchtest, abonniere den Kanal, damit du keines unserer Videos verpasst. Außerdem kannst du uns auf Facebook und Instagram folgen. Habt einen schönen Tag!